natürlich sehen sie mich jetzt gleich vorher bin ich da durchgegangen ihr Wichser und habt mich nicht mal gewürdigt und jetzt wollen sie mich gleich sehen ja und natürlich gleich töten bringt mich ja gleich um ihr Wichser und es sind hinten weiterhin drei okay schon langsam wird's mich jetzt hast du wenn er seine Pistole immer wieder weg tut das ist doch total bescheuert da so wie soll man denn schießen natürlich der Kerl ist so unfähig der Kerl ist so unfähig anstatt dass einfach mal seine Pistole zieht dieser Vollidiot nein hebt das hoch weil er ein Stein ist ja ich sage euch dieses Spiel ist ziemlich das Bescheuerste das ich je gespielt habe mit Ausnahme von Black Ops oder zumindestens die Mission aber auch eigentlich generell das ganze Design möchte ich mal sagen einfach nur die Steuerung wie behindert die ist die Reichweite von der Waffe mmh hm natürlich du bist ja nicht tot gell? und jetzt habe ich ja auch kein Ammonie mehr mhm mhm Lebenspacks habe ich natürlich auch nicht mehr Gut, dass dieses Spiel nicht scheiße ist. Okay, das sind nicht so viele. Sechs. Anstatt dass ich mir einfach mal... ...die Möglichkeit lässt er wenigstens vorbeizuschießen. So, jetzt gibt er wenigstens eine Waffe. Du bist doch jetzt nicht so beschwert. F, 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 F. Nö, geht nicht, oder? Nö, 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 nö. Warum sollte denn das auch funktionieren? Ich kann das Fernglas nicht weglegen. Das brauchen wir ja. sehr wichtig nochmal 5 verstanden ich bin schon unterwegs Sprengladungen sind angebracht Röcke zur Ladezone vor wird ja auch Zeit Alpha 9 ich langweil mich hier zu Tode ja würde ich denn fast da um die mal die andere Seite das soll ein Gegner sein oder Ziel neutralisiert Eliminierung bestätigt auch wenn ich dich eigentlich gar nicht ermorden wollte oder ermordet habe trotzdem kann ich die Munition nicht aufheben warum auch nicht ich kann auch die Waffen nicht aufheben verdammt O'Neill warum dauert das so lange ja weil diese Spielentwickler bescheuert sind deshalb vielleicht aber das ist dir egal weil du bist einer von den Wichsern ja siehst du wie langsam du bist so ein IQ so eine Intelligenz haben wir ja auch die Leute gehabt ja genau ich kann ich ach fick dich aber wir haben wenigstens eine Gehirnlose gefunden ok Schutzengel Ernesto Salazar ist tot nachdem in der Zwischenzeit auch die Daten entschlüsselt worden wissen wir nun mit Sicherheit dass tief im Dschungel der Isla Trueno eine geheime Uranmine liegt dieser Umstand wäre noch keine Bedrohung für die internationale Gemeinschaft wenn dort nicht eine spezielle Uransorte abgebaut würde Black 235 Black 235 ist eine extrem seltene Uransorte für deren Anreicherung zur waffenfähigen Uran nur ein Bruchteil der Energie und Technologie wie bei normalem Uran 235 benötigt wird Delta 3 hat den Auftrag einen feindlichen Militärlaster zu stehlen um damit in die streng bewachte Minenanlage einzudringen Razer 64 wird das Team als Scharfschütze unterstützen natürlich warum auch nicht Razer 64 ihr Mother 2 kommen sie müssen auf diesen Fels vorsprung ihre Position liegt direkt über ihnen passen sie auf wo sie hintreten warum ich hoffe diese Mission wird besser als die letzte was haben wir denn hier wow wir haben ein Scharfschützengewehr nach das meinten sie wahrscheinlich mit wo passen sie auch wo sie hintreten ähm da soll ich jetzt hin ok scheinen ganz schön anstrengend zu sein für dich kleiner Kerl wow krasse Scheiße F5 so wieso sind da immer zwei Pfeile und den zweiten sehe ich immer nicht mehr oh nicht schon wieder dieses komische Gelaber F5 Tiene una hermana deberías traerla por aquí un día te diré los presentas y me das un paquet de cigarrillos que me dices y ella dice hoy no ya estoy ok ok ja auftrag erfolgreich ausgeführt nächste Mission hier Razer 64 der Turm ist in Sicht ich drücke vor Roger Razer 64 melden sie sich sobald sie in Position sind gut mach mal kann man hier wieder wurfmesser ne bin in Position eh gut verstanden Razer 64 schaffen sie Platz für Delta 3 machen sie ihn den Weg frei bestätigt Mother 2 ich lege los ein Papagei der macht mit der Zeit CREBS 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 jetzt nämlich der jetzt macht er keinen CREBS mehr hm irgendwie kommt mir der Leuchtturm extrem bekannt vor wie schön sie bei uns zu haben Razer 64 wir weisen ihnen ihre Ziele zu halten sie die Augen offen selbstverständlich ist mir ein Vergnügen ich bin bereit wenn sie es sind ich bin immer bereit so sieht's aus aber coole Straße hier die beiden Gegner bei diesem Jeep eliminieren sie sie so ich bin vor sehr gut das gehen zu zweit da rein das rote Gebäude im Erdgeschoss ok natürlich und zwar mit einer extrem geilen Headshot Perspektive so tink noch zwei hinter dem Truck sorgen wir mal für ein wenig Ablenkung bei unserem Rückzug tja ok weiß ich habe ihm bloß den Ding runter geschossen gute Arbeit und wieso fahren da glaube ich immer nur die gleichen Autos vorbei kann das sein schnell eliminieren sie sie wen denn äh ich glaube das war schlecht gute Arbeit f5 da kommen wieder die nächsten wir haben den Laster necken sie unseren Rückzug natürlich lol was habe ich sie ausgelöst eine Straßensperre scheißen sie sie aus das ist so einfach wirst du wir könnten hier Hilfe brauchen r 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 ja ich bin auch kein d sind haben nah gut bis auf dass das jetzt kein einziger getroffen hat die Sollte ja auch ein Headshot werden. Wir können weiter. Ah, da unten ist ja noch ein Klapp. Wechseln Sie die Position, um uns Deckung zu geben. Gleich. Wechseln Sie die Position! Los! Wohin denn? Boah, cool. Ja, klar. Wir haben sonst keine Probleme, oder? Noch eine Strafensperre! Scheißen Sie sie aus! Oh, komm schon. Stehen unter Beschuss! Brauchen Unterstützung! Wechseln Sie die Position! Wir sind wieder. Los! Ihr habt aber Probleme. Schalten Sie die Typen mit den Raketenwerfern aus! Bevor Sie uns eine schon! Netter Schuss! Schon, gell?